Ja, hallo, hier ist der Johnny Doe und wir spielen eine Runde 1 gegen 1 StarCraft Beta. Und ja, wir sind Team 1, wir sind Zeax, oh, und der Hydralisk Team 2 ist auch ein Zeax. Wir sind Level 7, so, und er ist Level 3, heißt aber nix. Wir spielen hier Terminal LA Void als Map. Ich bin gespannt, wie gesagt, ich bin schon lange aus StarCraft 2 raus, aber ich hoffe, ich kriege es noch irgendwie hin. Aber ich denke, ich kredenze schon, dass wir das auch noch hinkriegen. So, wie war denn das nochmal? Wir müssen hier dann... Ja, genau, ein Overlord müssen wir noch bestellen. Da hinten ist wohl die gegnerische Basis. Dann werde ich jetzt mal gucken, dass wir schnell gleich Zerklinge... Ja, ich weiß, ich brauche mehr Overlords. Das habe ich schon mitgekriegt, ich bin ja dabei. Wir brauchen dann gleich einen Blutschleimpol. Ich will immer Blut sagen, das ist komplett falsch. Ich brauche einen Blutschleimpol. So, da brauchen wir auch den Blutschleimpol für. Das Biegengas brauchen wir eigentlich nicht dafür, wobei... Könnten wir mal natürlich eigentlich machen, aber... Wo geht's denn hier runter? Hier geht's runter, dann können wir die auch hier so anbringen, würde ich sagen. So, was kannst du denn? Du kannst zur Evolutionskammer, Evolutionskammer... Nee, 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 brauchen wir auch nicht. Brauchen wir einfach noch nicht. Wir machen noch einen Overlord hier. Und dann, ja, wunderbar. Wir können jetzt Zerklinge herstellen. Und direkt einmal eine Königin erschaffen. Oh, er hat mich gefunden, super. Ich hoffe, dieses Spiel geht ein wenig länger, als ich mir das so vorstelle. So. Ein paar Zerklinge haben wir schon. Dann machen wir nochmal ein paar Zerklinge. Ja, wir können auch eine Motormorphose einleiten, damit man Flügel kriegen hat, erhöhter die Geschwindigkeit. Um einiges mehr. Jetzt sind wir zu 8. Mal gucken, ob wir da... Ja, da können wir eigentlich nichts machen, ne? Wir können da eigentlich noch nichts reißen, ne? Und der wahrscheinlich genau dasselbe, sag ich mal, vorhat wie wir. Da wird der wahrscheinlich genau... Nee, ich versuch's halt. Ich geh einfach mal in die Richtung. Ich versuch's einfach. Ich versuch's jetzt einfach mal. Oh. Lass da hin und dann da hin. Oh, ist es brav. So. Oh, oh. Ach so. Ich glaube, der verfolgt uns. So, ich schaue jetzt einfach mal. Ich... Ich... Ich werde es jetzt einfach mal antesten. Ich weiß nicht, ob uns weiterhelfen. Das ist echt nicht. Mal hier mal noch mal ganz schnell, äh... Das sah gut aus. Es... Es... Es sah gut aus. Muss man sagen. Ah, wir können eine... Metamorphose... Man hat... Man hat für woку... Untermetamorphose... Können war... herstellen. Das ist... Unserer Streit... und... das ist verdammt sauer und Oberlohr und nicht mehr ja ich brauche einen neuen Oberlohr und ich habe es mitgekriegt schabenhöhle schabenhöhle hätte auch ja die schmeißt der ganze zeit selber die ich weiß ganz selber die eier drauf das ist ja cool der hat aber schon er hat aber schon ein bisschen schneller ein bisschen schneller jetzt hat er natürlich meine meine königin abgeschlachtet das macht nichts jetzt können wir auch schaben herstellen wie ärgerlich jetzt hat er meine königin abgeschlachtet noch eine zweite königin und um sehr gut ich brauche sehr gut ich nehme noch eine schabe mit dazu aber eigentlich reichen die die Zerklinge eigentlich auch aus das werden wir jetzt auch noch machen ja geil so direkt da ja cool hier direkt da drauf so wie soll man sagen die hat da direkt ja so wir wollen wir eben nochmal ein Overlord so das ist doch schön das ist doch schön das ist doch schön ist das schön ist das so ja die müssen wir eigentlich jetzt nochmal ah eh das macht die echt äh mittlerweile automatisch früher haben die das nicht äh ähm automatisch gemacht ja weiß ich wir gehen jetzt erst mal da ich bin ja ich bin ja Overlords am machen äh also sollte alles äh kein Problem sein ja wo bräuchte ein berstlinges Nest da kann ich auch zerklinge ähm das machen wir auch das machen wir jetzt auch ja ich weiß es ist erschöpft wir suchen uns jetzt auch schon mal achso wir suchen uns auch schon mal hier in eine neue Brutschstätte das machen wir jetzt so nebenbei noch so wir brauchen mehr Overlord ah mein Gott schon wieder kein Overlord ne äh das ist doch nicht mehr zack so ähm das braucht noch ein bisschen könnten je nachher könnten das wäre jetzt hier auch Prozent 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 ja ich hab's nicht ich bin erst mein Mineralienfeld hat er schon das hat er gekriegt Oho 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 er weiß dass ich hier bin Oho oho er hat eh schon schaden eh Oho oho der A der A he 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 ja grins das war das war das war selten dämlich muss man einfach sagen von mir das war jetzt nicht dämlich das war jetzt nicht gerade äh die klügste Möglichkeit von mir so gehen so wann das jetzt das geht so ja genau so war das ja 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 ich hab's ja mitgekriegt dass das Mineralienfeld hier erschöpft ist ja nicht taub ich bin ja nicht taub da wir jetzt dahin auf was jetzt Oho 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 Ich glaube da kommt was Oho 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 es böse ist das echt böse Eh da sind hier immer was gebaut äh unsere Streitkräfte sind angegriffen Ah, unser Blutschein-Pool ist schon platt. Das heißt, wir brauchen mal ganz schnell. Ja, ich hab's ja mitgekriegt, dass unser Schwarmplaster angegriffen wird. Aber ich kann da jetzt auch leider gar nichts drin liegen. Aber da bin ich auch froh, dass ich dann doch schon mal meine Basis hier ausgebaut hatte. Nicht mehr echt ein bisschen froh drüber. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich ziehe einfach mal da ins Gewügel hin. Den ziehe ich jetzt einfach mal da hin. Und hoffe, dass der da jetzt drauf reinfällt. Ja, das weiß ich überhaupt nicht, was er damit meint. Ich bin da leider nicht so... Ah, er hat mich gebunden. So ein Dreck, so ein Dreck. Nein, er hat mich gefunden. Er hat mich gefunden. Ich war doch so gut, ey. Ich war doch so gut am Anfang. So eine... Schmöööp. Es war so gut, es war so gut, Leute Es war so gut Es war so gut Ja gut, das haben wir nicht gepackt Dann haben wir nach zwölf Minuten schon echt das Ende gefunden Ja gut, ist nicht ganz so Ganz so tragisch Stufe 1, Zerx Wunderbar Belohnung für Zerx Haben wir hier das Zeichen gekriegt, Leistung Ja, in Ressourcen Ressourcen standen Im Schnitt hatte ich Viel höher Zeit am Versorgungslimit Ich auch Arbeiter produziert Der hat viel mehr Arbeiter produziert als ich AMP war jetzt was Achja Aktionen pro Minute Ressourcen hatte der mehr als ich Wieso hatte der denn Ressourcen Okay Er hatte viel mehr Ressourcen als ich Noch mal Okay Der hat auch schon Karrierespiele gemacht Viel mehr Einheiten Auch ein Was habe ich denn gebaut Um das mal zu vergleichen Drohne Drohne Overlord hat er Okay, habe ich später Dann hat er Drohne Drohne, Drohne, Drohne Ach, ist okay Dann habe ich schon den Blutschleimpudel Ich will immer Blutschleimpudel Den Blutschleimpudel Machen Dann habe ich schon Königin gemacht Dann hat er die denn gemacht Der hat er doch auch eine Königin Hatte der nicht eine Königin? Städte Hat er direkt eine Brutschleimpudel Nochmal aufgemacht Ah, okay Königin Königin Erstlingsnest Drohne, Level 1 Für Geschosse Evolutionskammer Why are you With a single base Sad Okay Ja Der war echt Nicht schlecht Ja, liebe Freunde Das war's für heute Ja Auch wenn wir wieder verloren haben Aber war ganz lustig Das doch mal So rum Mal als Zerk zu versuchen Ich werde dem Denkmal Ja, jetzt antworten Aber Ja Schaltet auch Nächstes Mal wieder ein Wenn es heißt Der Untergang der Zerx Der Terrama Protos hätte ich vielleicht auch noch im Angebot Für den Untergang Ja Ich So langsam komme ich wieder rein Es braucht aber Leider Doch noch Ein bisschen länger als gedacht Ja Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da Und Würde mich auch tierisch freuen Über ein Abo Von euch Auf meinem Kanal Mein Name ist Johnny Doe Und ich bin raus Die Jenny Doe Und ich bin die SCH Musik Von all Und ich bin so